Die Provinz Westfalen war von 1815 bis 1918 eine Provinz des Königreichs Preußen und von 1918 bis 1946 eine Provinz des Freistaats Preußen. Der Staat Preußen wurde nach dem Wiener Kongress durch die Verordnung wegen verbesserte Einrichtung der Provinzialbehörden vom 30. April 1815 in zehn Provinzen eingeteilt. Eine davon war Westfalen, Provinzialhauptstadt war Münster. In der neuen Provinz waren zahlreiche ehemals eigenständige Territorien mit unterschiedlichen Traditionen und Konfessionen vereinigt. Zwar entwickelte sich, von der Provinzialverwaltung gefördert allmählich eine Art gemeinsames Westfalenbewusstsein. Dennoch blieben die inneren Unterschiede groß. Dies gilt sozial und wirtschaftsgeschichtlich für die verschiedenen Lebenswelten im industrialisierten, städtischen Westfalen und dem landwirtschaftlichen, dörflichen Westfalen. Daneben blieben die Konfessionsgrenzen von erheblicher Bedeutung. Unterschiede wie diese schlugen sich unter anderem in einer sehr differenzierten politischen Kultur nieder. Gründung und Struktur Die Entstehung der Provinz Westfalen war ein Ergebnis des Wiener Kongresses von 1815. Unmittelbarer Vorläufer war das Generalgovernment zwischen Weser und Rhein. Obwohl die preußische Krone bereits seit langem Territorialbesitz in Westfalen hatte, machte Friedrich Wilhelm III. keinen Hehl daraus, dass ihm die Einverleibung des Königreichs Sachsen lieber gewesen wäre. Tatsächlich verschob sich durch die Gründung der Provinzen Westfalen und der Rheinprovinz der Schwerpunkt in wirtschaftlicher und demografischer Hinsicht nach Westen. Gleichzeitig nahm die Zahl der Katholiken im bislang fast ausschließlich protestantischen Preußen deutlich zu. Am Anfang der Entwicklung hatte die Provinz etwa 1,1 Millionen Einwohner. Davon waren etwa 56% Katholiken und 43% Protestanten sowie etwa 1% Juden. Die Provinz umfasste im Wesentlichen die bereits vor 1800 zu Preußen gehörigen Gebietsteile Fürsten Thuminden, die Grafschaften Mark und Ravensberg, Tecklenburg sowie die nach 1802-03 an Preußen gelangten Fürstbistümer Münster und Paderborn sowie einige kleinere Herrschaften, darunter Limburg, Lenne. Durch den Wiener Kongress wurden Preußen im Jahre 1815 die 1810 von Frankreich annektierten Gebiete des Fürstentums Sam und die südlichen Landesteile des Herzogtums Arenberg zugewiesen. Im Jahr 1816 kam noch das Herzogtum Westfalen hinzu. 1817 folgten die Wittgensteiner Fürstentümer Sein-Wittgenstein-Berleburg und Sein-Wittgenstein-Hohenstein sowie das Fürstentum Nassau-Siegen. Mit der Gründung wurde die neue als Teil der preußischen Reformen entstandene Verwaltungsgliederung aus Gemeinde, Kreis, Regierungsbezirks- und Provinzialverwaltungen eingeführt. Die administrative Eingliederung in den preußischen Gesamtstaat wurde vor allem vom ersten Oberpräsidenten Ludwig von Finke betrieben. Die Provinz Westfalen bestand aus einem nahezu geschlossenen Gebiet von 20.215 Quadratkilometer und war verwaltungsmäßig in die Regierungsbezirke Arnsberg, Minden und Münster gegliedert und auch während der Weimarer Republik wurden die Grenzen der Provinz geringfügig verändert. Insgesamt sorgte die preußische Verwaltung für eine Angleichung der politischen Institutionen und Verwaltungseinrichtungen. Im Rechtswesen gab es zunächst jedoch Unterschiede. In den meisten Teilen Westfallens wurde das allgemeine Landrecht die rechtliche Grundlage. Im Herzogtum Westfalen und den beiden Wittgensteiner Grafschaften galten weitgehend die alten regionalen Rechtstraditionen weiter. Ehe gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit Wirkung zum 1. Januar 1900 Dekasekunden bürgerliche Gesetzbuch eingeführt wurde. Zur Verwaltungsgliederung siehe auch Regierungsbezirke und Kreise in Westfalen und zur Entwicklung auf der Gemeindeebene die Listen der Gemeinden. Westfalen – Reaktionen auf die Gründung der Provinz Die Errichtung der Provinz Westfalen stieß in den betroffenen Regionen auf unterschiedliche Reaktionen. In den bereits altpreußischen Gebieten wie Minden-Ravensberg oder der Grafschaft Mark gab es teilweise Freudenkundgebungen über die Rückkehr in den Alten Staatsverband. Im Siegerland erleichterte die protestantische Konfession die Akzeptanz der preußischen Regierung. Besonders skeptisch stand man in den ehemaligen katholischen Fürstbistümern Münster, Paderborn und dem Herzogtum Westfalen den neuen Landesherren gegenüber. Gerade auch der katholische Adel, der in den alten geistlichen Staaten eine hervorragende Rolle gespielt hatte, blieb überwiegend ablehnend. Jakob Veneday sprach noch 20 Jahre nach der Provinzgründung von Muspreußen. Tatsächlich war die Eingliederung in den preußischen Staat mit Problemen verbunden. Der verwaltungsmäßigen Vereinheitlichung standen zu Beginn der Provinzgeschichte die sogenannten Standesherren entgegen. Diese Gruppe der mediatisierten Fürsten bewahrte bis weit ins 19. Jahrhundert hinein Sonderrechte. Sie behielten in gewissem Ausmaß das Gerichtsrecht oder die Aufsicht über Schulen und Kirchen. Das zweite zentrale Problem hinsichtlich einer rechtlichen Vereinheitlichung war die Frage der Ablösung gutsherrlicher Rechte durch die Bauern im Rahmen der Bauernbefreiung. Zwar kam es 1820 zu einem Gesetz, das die Ablösung durch Geldrenten ermöglichte. Aber daneben gab es zahlreiche Einzelregelungen und regionale Bestimmungen. Die Ablösung blieb bis 1848 umstritten und führte auf den Provinziallandtagen des Vormetz regelmäßig zu erheblichen Konflikten, da sie vor allem den Rittergutsbesitzern Vorteile brachte. Die Unsicherheit der ländlichen Besitzverhältnisse war eine Ursache für die ländlichen Unruhen zu Beginn der Revolution von 1848. Auf längere Sicht haben sich Befürchtungen, dass die Bauern durch den Großgrundbesitz verdrängt werden könnten, nicht bestätigt. Stattdessen blieben die beiden preußischen Westprovinzen mit Abstand die Gebiete mit dem geringsten Anteil an Gutsbesitz. Zur Akzeptanz Preußens trug zu Beginn die Reformpolitik bei, die auf die Durchsetzung einer bürgerlichen Ordnung abzielte. Dazu zählte die Schaffung einer berechenbaren Verwaltung und Justiz, das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen, die Emanzipation der Juden und die Befreiung der Wirtschaft von magdhemmenden Zunftordnungen. Die bildungsbürgerlichen Eliten nicht nur aus dem protestantischen, sondern auch aus dem katholischen Westfalen erkannten die preußische Regierung zunächst als Motor des Fortschritts an. Auf längere Sicht hatte die Zusammenführung so unterschiedlicher Territorien in eine Provinz auch identitäts- und bewusstseinsbildende Folgen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts erinnerte man sich zwar immer noch an die Vergangenheit der alten Territorien. Daneben entwickelte sich, von der preußischen Regierung bewusst gefördert, auch ein westfälisches Selbstverständnis. Freilich stand dieses stets auch in Konkurrenz zum sich allmählich entwickelnden Nationalstaatsgedanken. Westfälische Verfassungsdiskussion und Restaurationszeit Zu den Hoffnungen bürgerlicher westfälischer Zeitgenossen wie Johann Friedrich Josef Sommer oder Benedikt Waldeck gehörte insbesondere der baldige Erlass einer Verfassung. In Zeitungen wie dem rheinisch-westfälischen Anzeiger oder Herrmann wurde der Wunsch nach einer Verfassung anfänglich noch deutlich artikuliert. Verfassungsentwürfe kamen etwa von Johann Friedrich Josef Sommer oder von Arnold Malinkoth aus Dortmund. Weitere Teilnehmer der Verfassungsdebatte waren Adam Stork und Friedrich von Hövel. Die wohlwollende Haltung änderte sich mit dem Beginn der Restaurationszeit. Dem Ausbleiben einer gesamtstaatlichen Verfassung und der Zensur der Presse deutlich. Der spätere Abgeordnete Dietrich Wilhelm Landfermann schrieb als Prämaner 1820, nicht wegen der erbärmlichen Fürstenhändel habe man 1813 gekämpft, sondern darum, dass Recht und Gesetz der Grundsatz des Staatslebens wie des Bürgertums sein muss. An der Kritik änderte auch die Einrichtung von Provinziallandtagen im Jahr 1823 nur wenig, da ihnen zentrale parlamentarische Kompetenzen fehlten. Sie besaßen kein Steuerbewilligungsrecht, waren an der Gesetzgebung nicht beteiligt und hatten im Wesentlichen nur beratende Funktionen. Die Abgeordneten waren zum Stillschweigen über die Verhandlungen verpflichtet und die Protokolle unterlagen der Zensur. Im Übrigen benachteiligte das Wahlrecht das Bürgertum im Vergleich zum Adel deutlich. Der erste westfälische Provinziallandtag tagte 1826 im Rathaus von Münster. Die recht hohe Wahlbeteiligung zeigt, dass vor allem die Bürger, die unteren Schichten hatten ohnehin kein Wahlrecht, trotz aller Restriktionen den Landtag als ein Forum zur Artikulation ihrer Interessen betrachteten. Es gelang dem Landtagshauptmann Freiherr vom Stein nicht, die Diskussionen auf rein regionale Fragen zu beschränken. Vielmehr spielte 1826 und beim nächsten Landtag 1828 unterschwellig die Verfassungsfrage eine erhebliche Rolle. Noch deutlicher wurde dies während des Provinziallandtages von 1831. Als gleich zu Beginn der Abgeordnete für den vierten Stand Franz Anton bracht und bemerkenswerterweise auch der hochadelige Freiherr von Fürstenberg die Errichtung einer reichsständischen Verfassung für Preußen forderten. Die Vorstellungen, wie eine Verfassung aussehen müsste, waren dabei höchst unterschiedlich. Die meisten Adeligen, so auch von Fürstenberg, plädierten für eine Wiederherstellung der altständischen Ordnung, während vom Bürgertum frühliberale Ideen vorgetragen wurden. Dabei wurde bracht unter anderem von Friedrich Haarkort und dem Münsterschen-Verleger Johann Hermann Höfer unterstützt. Andere Vertreter der Opposition waren der Hagener Bürgermeister Christian Dahlenkamp oder der Bürgermeister aus Telgte, Anton Böhmer. Selbst unter den Rittergutsbesitzern gab es einige liberale Stimmen wie beispielsweise Georg von Finke. Vom Geist der preußischen Reformen deutlich entfernt hatte sich auch die 1827 erlassene Kreisordnung. Bei der Wahl des Landrats, der grundsätzlich aus dem Kreis der einheimischen Rittergutsbesitzer kommen sollte, hatten die Kreisstände nur ein Präsentationsrecht, die Ernennung blieb dem König vorbehalten. Kaum weniger unzeitgemäß war die 1831 revidierte Städteordnung. Das Wahlrecht wies hohe Hürden auf und aus den Selbstverwaltungsorganen wurden faktisch staatliche Behörden. Kaum anders sah es bei der Landgemeindeordnung aus. Westfalen im Vormärz So wichtig für Westfalen die Verfassungsfrage war, so gering blieb lange Zeit das Interesse an einem einheitlichen Nationalstaat. Der Bürgermeister des Münsterländischen Rede und Dingen schrieb 1833, das Hambacher Fest und burschenschaftliche Farben sind dem Friedenliebenden Landbewohnern in ihrer Bedeutung fremd. Kaum anders dürfte die öffentliche Meinung im Sauerland oder in Minden-Ravensberg ausgesehen haben. Erst in den 1840er Jahren erwachte auch in Westfalen die Nationalbewegung. Es begannen sich in vielen Gemeinden Gesangvereine zu bilden. Die den nationalen Mythos pflegten auch die westfälische Beteiligung am Kölner Dombaufest und den Sammlungen für das Hermannsdenkmal waren beträchtlich. Insgesamt entwickelte sich ein reges Vereinsleben. Zusätzlich zur Enttäuschung über die weitgehend ausbleibenden Reformen führte im katholischen Westfalen die Verhaftung des Kölner Erzbischofs Clemens August roste zu Fischer Ring 1837 während der sogenannten Kölner Wirren zu einer gewissen Politisierung des regionalen Katholizismus. Der liberale katholische zeitgenössische Publizist Johann Friedrich Josef Sommer formulierte, Zeitereignisse wie die des letzten Dissenniums haben den gutmütigen Westfälinger aufgeweckt und nicht wenig dazu beigetragen, eine gewisse religiöse Erschlaffung ein Ende zu bereiten. Gleichzeitig erschien Sommer die Volksbewegung im Zusammenhang mit den Wirren als ein Vorbote der Revolution von 1848. Der Staat musste nachgeben. Zum ersten Mal erbebte die Gewalt vor der Stimme des Volkes. In den 1830-40. Jahren verdichteten sich zudem die liberalen, demokratischen und teilweise sogar sozialistischen Diskussionskreise. Darüber hinaus führten die von vielen ländlichen Gruppen negativ beurteilten Agrarreformen zu wachsender Unzufriedenheit. Hinzu kamen in den 1840er Jahren mehrere schlechte Ernten, die vor allem in den Städten die Nahrungsmittelpreise erheblich ansteigen ließen. Daneben kam es im traditionellen produzierenden Gewerbe zu strukturellen Krisen. Ein Kennzeichen für die teilweise schwierige soziale Lage war die hohe Zahl der Auswanderer. Zwischen 1845 und 1854 verließen etwa 30.000 Personen die Provinz. Meist in Richtung Übersee, fast die Hälfte von ihnen kam aus den krisengeschüttelten Leinengebieten in Ostwestfalen. Zu den sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklungen siehe Revolution von 1848-49 in Westfalen. Die Reaktionen auf den Ausbruch der Revolution von 1848 waren in Westfalen sehr unterschiedlich. Die demokratische Linke im Redaner Kreis um die Zeitschrift »Westfälisches Dampfboot« feierte die vermeintlich neue Zeit euphorisch. Die Völker Europas von dem drückenden Alp befreit. Der ihnen das Edmund fast benahm, ganz nach dem Vorbild der französischen Revolution forderte die in Hamm erscheinende Zeitschrift Hermann die Einführung einer neuen Zeitrechnung. Auch programmatisch lehnte sich die Linke an Frankreich an und forderte Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle. Es gab allerdings auch gegenteilige Meinungen. Etwa vom Bielefelder Superintendenten und späteren Mitglied der preußischen Nationalversammlung Hochzermeyer. Dieser sprach von einem schmachvollen Ereignis, von dem der gutmütige Philister zu Unrecht erwartete, dass eine Verfassung alles Elend und alle Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen würde. Er befürchtete stattdessen die Auflösung aller Ordnung und eine allgemeine Zuchtlosigkeit. Nach dem Bekanntwerden der Februarrevolution in Paris und der Märzrevolution in verschiedenen deutschen Staaten sowie in Berlin und Wien, kam es in Teilen Westphalens, vor allem im Sauerland, dem Wittgensteiner und dem Paderborner Land zu Unruhen der Landbevölkerung. So wurde etwa das Renteigebäude des Schlosses Bruchhausen bei Ulzberg verwüstet und die Akten wurden unter Absingen von Freiheitsliedern verbrannt. Auch andere Schlösser wie in Dülmen wurden verwüstet. Dieser Aufstand der Landbevölkerung wurde vom Militär rasch niedergeschlagen. In den frühindustrialisierten Gebieten Westphalens etwa der Grafschaft Mark kam es in einigen Orten zur Stürmung von Fabriken. In den Städten dagegen sah man sich nach der Ernennung von liberalen Märzministerien am Ziel der politischen Wünsche und feierte den Sieg der Revolution fast überall mit Umzügen und dem Hissen der schwarz-rot-goldenen Fahne. Daneben gab es vor allem in den altpreußischen Gebieten eine einflussreiche antirevolutionäre Richtung in der Grafschaft Mark vor allem um den Unternehmer Friedrich Harkort, der mit seinen bekannten Arbeiterbriefen für seine Ansichten warb. Bei den Wahlen zu den Nationalversammlungen in Berlin und Frankfurt war die politische Richtung der Kandidaten nicht das ausschlaggebende Element, sondern ihr Ansehen in der Bevölkerung spielte für die Nominierung eine zentrale Rolle. Im Sauerland wurden daher so politisch unterschiedliche Personen wie der konservative Josef von Radowitz, der zwischen Liberalismus und ultramontaner Weltanschauung schwankende Johann Friedrich Sommer oder der Demokrat Karl Johann Ludwig Damm gewählt. Führende Westphalen in der Berliner Nationalversammlung waren unter anderem die Demokraten Benedikt Waldeck und Jodokus Temme. In Berlin spielten bei der Verfassungsdiskussion Waldeck auf der Linken und Sommer auf der Rechten eine erhebliche Rolle. In Frankfurt wurde Westphalen unter anderem von den Liberalen Georg von Finke, Gustav Höfken oder dem späteren Bischof Wilhelm Emanuel von Kettler vertreten. In der Region selbst bildeten sich politische Clubs und Zeitungen jeglicher politischer Couleur. Das Spektrum reichte dabei von katholischen und liberalen Blättern bis hin zur radikal-demokratischen Neuen Rheinischen Zeitung. Ähnlich vielgestaltig wie die Presselandschaft war das politische Meinungsspektrum. Konservative Zusammenschlüsse bildeten eine Ausnahme und umfassten meist nur protestantische Offiziere und Beamte in den Regierungs- und Garnisonsstätten. Eine gewisse Ausnahme war die konservative Grundhaltung der Landbevölkerung im pietistisch-protestantischen Milieu in Minden-Ravensberg. Die große Mehrheit der politisch aktiven Bürger fand sich in konstitutionellen oder demokratischen Clubs zusammen. Die Liberalen gründeten im Juli 1848 auf einem Kongress in Dortmund eine für die Provinzen Rheinland und Westfalen zuständige Dachorganisation der konstitutionellen Vereine. Allein im Regierungsbezirk Arnsberg gab es im Oktober 28 Vereine. In den beiden übrigen Regierungsbezirken war ihre Zahl deutlich geringer und in Münster war der örtliche Verein an inneren Konflikten zerbrochen. Erst im September 1848 gelang es auch den demokratischen Vereinen auf einem Kongress zu einer Einigung zu kommen. In Münster hatte der örtliche demokratische Verein immerhin mehr als 350 Mitglieder. Die Arbeiterbewegung in Form der allgemeinen deutschen Arbeiterverbrüderung war im Vergleich zur Rheinprovinz nur gering vertreten. Einen starken Arbeiterverein, der sowohl im Lager der westfälischen Demokraten eine führende Rolle spielte und gleichzeitig Kontakt zur Arbeiterverbrüderung hielt, gab es in Hamm. Insgesamt blieb die Zahl der demokratischen oder republikanischen Vereine zunächst deutlich geringer als die der Liberalen. In den katholischen Teilen Westfalens bildeten sich daneben auch erste Organisationen eines politischen Katholizismus. Diese vielerorts entstandenen sogenannten Pius-Vereine orientierten sich programmatisch an dem Verein der Provinzhauptstadt. In Petitionen forderten Berufsgruppen und Gemeindevertretungen ihre Abgeordneten auf. Bestimmte Forderungen in den Nationalversammlungen zu vertreten, in den folgenden Monaten nahm die politische Erregung erkennbar ab. Gerade in katholischen Gebieten stieß die Wahl von Erzherzog Johann zum Reichsverweser durch die Frankfurter Nationalversammlung auf große Zustimmung und wurde beispielsweise in Winterberg oder Münster durch patriotische Feste gefeiert. Allerdings zeigt die Reaktion auf diese Wahl, wie groß noch immer der Unterschied zwischen dem katholischen und protestantischen Westfalen war. In den altpreußischen Gebieten sah man dies zwar als Schritt hin zu einem einheitlichen deutschen Staat, sah aber vor allem Preußen in der Pflicht, die Einheit und Freiheit durchzusetzen. Im katholischen Westfalen sah man die Entscheidung der Nationalversammlung dagegen als Schritt zu einem Einheitsstaat unter katholischer Führung. Insofern überschnitt sich der Gegensatz von Befürwortern einer kleinen deutschen und einer großdeutschen Lösung der deutschen Frage mit den regionalen Konfessionsgrenzen. Erst die beginnende Gegenrevolution verstärkte die politische Erregung wieder deutlich. In vielen Gebieten Westfalens nahm die Bedeutung der demokratischen Bewegung zu. Während zögerliche Altliberale wie Johann Sommer den Unmut der Bevölkerung deutlich zu spüren bekamen. In Westfalen kam es angesichts der Bedrohung der revolutionären Erregungenschaft zur Zusammenarbeit von Demokraten und konstitutionellen Liberalen, die im November 1848 im Kongress für die Sache und Rechte der preußischen Nationalversammlung und des preußischen Volkes in Münster gipfelte. Nach der Auflösung der preußischen Nationalversammlung siegten in vielen Teilen Westfalens bei der Wahl zur zweiten preußischen Kammer denn auch demokratische Kandidaten wie etwa Johann Matthias Gierse. Den Höhe- und Endpunkt der Revolution in Westfalen bildete die gewaltsame Niederschlagung des Isalone-Aufstandes. Einige führende westfälische Revolutionäre wie Temme oder Waldeck wurden von den Behörden später politisch verfolgt. Noch im Sommer 1849 wanderten erste westfälische Demokraten nach Amerika aus.